servus liebe freunde halli hallo herzlich willkommen zurück wir haben noch ein bisschen arbeit vor uns ich würde ganz gerne den bagger einsteigen ach das geht von der seite nicht auch gut dann laufen wir mal vorzugsweise ein bisschen auf die andere seite und ja wir haben beim letzten mal können wir gerade mal gucken wie es eigentlich mit den aufträgen aussieht aktive aufgaben ja der kollege hier ist bei 44 prozent hat noch ein bisschen was zu tun und wir haben beim baggern 31 prozent also auch wir kommen jetzt hier ein bisschen voran das heißt wir gehen erst mal in den anderen modus fahren aber vielleicht noch mal an die quatschen fahren vielleicht nicht aussteigen ich doof kopf falsche taste erwischt wir fahren erst mal stückchen hier rüber so denn ich möchte ganz gerne jetzt erst mal hier drüben ja jetzt los baggern denn wie gesagt wir haben da noch einiges vor uns so dann ein stück vor so das sollte passen gut in den baumodus hat schöne perspektive was habe ich denn heute mit der taste f so ich muss eigentlich über den tab modus wechseln ich doof kopf ja ich habe irgendwie total falsche tastenkombination im kopf weil er ich habe versucht über den über die v taste zu wechseln in den baumodus und das geht natürlich nicht warum ich jetzt heute morgen dann noch so nicht so ganz fit bin weiß ich nicht so aber wir werden natürlich jetzt weiter buddeln so dementsprechend wir sind bei über 30 prozent mal gucken was wir da heute erreichen ich würde ja ganz gern dann schauen dass wir vielleicht ja fast so weit kommen dass wir heute die endlich langersehnte information kriegen von wegen möchten sie das baggern beenden denn poseidon hat auch schon geschrieben also wenn wir jetzt hier das ganze von einem helfer machen lassen sprich von einem vorarbeiter ist das nächste schwierige dass der wieder von vorne anfängt und das was wir bisher gemacht haben eigentlich für die füße ist und ja das wäre natürlich ein bisschen unsinnig von daher beißen wir uns jetzt hier durchs baggern durch ich bin mal gespannt inwiefern wir das jetzt hinkriegen hier mal richtig mit schwung und gas daran gehen weil heute möchte ich ein bisschen in turbo einlegen wie gesagt wir wollen ja auch was anderes machen als nur baggern denn das wird mit der zeit auch ein kleines bisschen öde so beziehungsweise eintönig hier noch mal rein wunderbar zwar nicht ganz voll die schaufel aber immerhin so und da hinten ja das wird langsam auch ein bisschen größer das häubchen ich bin noch ganz gespannt und hoffe dass weil sie jetzt hier nicht dann irgendwas noch dahin legen müssen was genau dort im prinzip platziert wird weil dann haben ein kleines problem mit der erde deswegen gucke ich immer dass wir das so weit wie möglich außerhalb platzieren ich denke mal ganz da hinten müssen jetzt für den pool eigentlich nichts hin basteln aber so insgesamt wie sieht es kommen wir jetzt langsam doch schon ein bisserl voran gleich gucken immer die volle schaufel immer weiter nach hinten so da ist natürlich jetzt ein bisschen aufwendiger weil wir müssen natürlich jetzt hier oder können nicht ganz einfach sagen so wir buddeln jetzt hier mal von vorne nach hinten durch sondern müssen auch seitlich jetzt ein bisschen aufpassen weil ich möchte natürlich auch nicht so extrem weit jetzt zurückfahren denn ansonsten müssen wir zu oft rangieren aber ich glaube im moment klappt das ganz gut oder das war natürlich für die füße sollte noch ein bisschen tiefer gehen jetzt können wir rein und richtig schön voll hauen wunderbar ja und auf eure information hin wegen dem radlader habe ich jetzt auch noch mal geguckt also es wurde ja bereits gesagt es gibt ein pool auftrag und dort wird also entsprechend auch der radlader gebraucht da geht dann wohl eine rampe in den pool runter und da können wir dann entsprechend mit dem radlader arbeiten da bin ich echt mal gespannt denn das möchte ich natürlich auch unbedingt mal ausprobieren und mal sehen wie das ganze hier dann von statten geht hier gleich noch ein häufchen raus wunderbar kriegen wir doch so langsam hier mal ein bisschen wenigstens die form eines pools raus und so wie ich das im moment sehe denke ich mal müssen wir auch noch ein bisschen die tiefe gehen denn das wird hier nicht alles ausschließlich nur oberflächenarbeit sein klar der pool ist im schnitt so 1,50 m tief gibt natürlich auch leute die machen dann abfallende pools die haben vorne einen relativ flachen einstieg über eine treppe das geht dann hinten bis auf zwei meter 2,20 m da ist dann immer so ein bisschen designer sache aber so durchschnittsgröße oder durchschnittstiefe sagen wir mal von pool der so normal verkauft wird ist immer so die meter 50 bis meter 70 da hat man es eigentlich relativ angenehm ist noch so die standardbecken die da in der form dann laufen an dem punkt kenne ich mich ein klein bisschen aus wir haben selbst ein schwimmbad zu hause also bei meinen eltern ich jetzt hier im haus noch nicht bin ich aber auch schon überlegen ob wir irgendwann sowas mal holen dann kann ich vielleicht sogar selbst mal ein bisschen spaß haben weil ich würde nämlich dann wenn das loch für den pool selber ausheben das heißt einfach ein bagger mieten und dann mal schauen ob ich das auch hinkriege wird wahrscheinlich dann auch ein paar stunden dauern aber ich glaube das geht dann etwas zügiger und einfacher als hier so sieht schon mal ganz gut aus ein bisschen weiter nach oben noch so ja aber ganz toll gehen wir mal da noch ein bisschen nach unten mal schauen wir scheinen jetzt langsam so die 40 prozent marke zu erreichen oder vielleicht sogar erreicht zu haben schon aber da will ich jetzt gar nicht groß gucken ich will jetzt erst mal ein bisschen hier weiter baggern damit war auch da ein wenig vorankommen wenn man nämlich dauernd auf die statistik gucken dann tut sich sagen wir mal so fortschrittsmäßig auch nicht viel aber wir sehen schon wir haben eigentlich jetzt innerhalb der ersten fünf sechs minuten doch schon ganz schön haufen da rausgezogen näher an die geschichte so vielleicht kommt ja auch bald dann der hinweis ich weiß gar nicht könnte auch noch mal reinschreiben kommt das immer bei 50 prozent das nicht mehr weiter gebaggert werden soll oder ab welchem prozentsatz kommt denn das ungefähr ich weiß das gar nicht habe ich noch nie darauf geachtet aber ich weiß ja dass irgendwann immer die frage kommt soll noch weiter gebaggert werden oder nicht beim planieren sprich verdichten ist es ja meistens so dass es so bei 80 85 prozent ist oder fast 90 prozent sogar so ziemlich spät erst das wäre natürlich hier ziemlich heftig weil dann hätten wir noch ganz schön arbeit vor uns so hier können wir noch richtig weit ausholen dann da hinten auch noch mal anfangen weil das areal was wir hier ausbaggern müssen ist ja schon ziemlich groß aber bis jetzt sieht es eigentlich würde ich sagen ganz gut aus die hälfte dürften wir jetzt schon gleich haben aber immerhin das ist wenigstens eine große schaufel hier nicht mit dem kleinen bagger ne also hier gehen ja deutlich über ein kubikmeter erde dann mit einem schlag weg das ist schon mal ein riesen vorteil hier nochmal reinholen oder auch noch mal ein bisschen was wegkriegen ich gehe mal davon aus spätestens in der nächsten folge müssten wir eigentlich soweit sein dass dann diese frage kommt sofern sie denn kommt ich hoffe es jedenfalls inständig nicht dass wir hier alles ausbuddeln müssen weil das wäre glaube ich dann ziemlich brutal so ja und so langsam öffnet sich das ganze man kann erkennen was da mal entstehen soll klar ist natürlich ein haufen zeug wir können auch erstmal jetzt hier weitermachen so kann man nämlich hier auch schon mal gut hin dann haben wir zumindest so den grundbereich fertig falls es dann doch noch nicht reichen sollte wissen wir dann wo wir mit dem tiefen baggern anfangen müssen also da können wir zumindest auf alle fälle noch was rausnehmen weil da sehe ich jetzt schon ne da ist es äh noch ziemlich weit also noch ziemlich weit flach ja gut formuliert noch ziemlich flach also noch nicht sehr tief ausgehoben so wow was wir da an erde transportieren schade dass wir die nicht bunkern können wie gesagt ich habe jetzt also das ja probiert aber ich habe jetzt noch keine möglichkeit gefunden die erde irgendwo einfach einzulagern weil vom grundprinzip wäre es ja logisch wenn man so Mutterboden hat dass man den nicht unbedingt gleich entsorgt sondern dass man sich ein Teil davon vielleicht sozusagen als kleine Reserve irgendwo auf die Halde legt dass man eben ganz einfach dann auch damit auffüllen kann aber das haben wir jetzt wohl anscheinend hier jetzt so nicht möglich ich weiß auch gar nicht ob es was anderes gibt was wir da einlagern können oder ob wir uns da sozusagen nur Vorräte jetzt vom Kieswerk hinstellen können das wäre aber auch ein bisschen blöd gefahren so jetzt haben wir es die 50% sind voll garantiert weil wir sind jetzt schon gut bei der Hälfte würde ich mal jetzt behaupten auch hier nochmal ein bisschen oh das war eine schlechte Schaufel nur 79% das ist nicht gut das ist gar nicht gut so wir gucken jetzt mal nachdem wir den Rand ja soweit auch schon gut angesetzt haben dass wir vielleicht hier in der Mitte wo es noch extrem hoch ist dass wir da noch ein bisschen rangehen hier noch ein bisschen reinschaufeln so ja das sieht gut aus ich bete eigentlich schon mit jedem ja entleeren oder mit jedem Ausrub hier dass wir dann den Punkt erreichen wo es dann heißt möchten sie weiter baggern weil ehrlich gesagt ich möchte euch was anderes zeigen auch wir wollen ja auch in den Aufträgen weiterkommen und jetzt hier nicht 24 Folgen nur buddeln ist natürlich dann schon ein bisschen doof aber ich bin froh dass ihr so viel Geduld habt da auch nochmal vielen Dank ja habe auch gemerkt die Abonnentenzahlen steigen weiter also von dem Punkt ja könnt ihr euch auch bald wieder auf neue Sachen freuen wir sind jetzt hier mit dem Renovieren auch schon ein bisschen weiter gekommen ich kann wahrscheinlich sogar das ein oder andere jetzt noch beibehalten werde aber mal schauen dass ich wahrscheinlich den Sendeplan erstmal grundsätzlich so lasse weil das bietet mir nämlich die Möglichkeit auch ein paar Sachen die jetzt schon ziemlich lange an der Warteschleife hängen auch mal wieder zu präsentieren und der Mekurapo hat es auch schon geschrieben beziehungsweise gesagt mir mal es ist nicht immer so einfach dann die Release-Zeiten einzuhalten da sollte jeden Tag das Video online kommt ups vor allem wenn der noch so komisch fährt hier und dann lieber 1, 2 Videos weniger in Anführungszeichen aber dafür dann auch alles was ich versprochen habe eingehalten denn ich habe auch keine Lust hier irgendwas auf Hektik zu machen denn ja ja ihr wollt ja auch ein bisschen Spaß dabei haben und nicht einfach nur hier sehen wie das Ganze vor die Hunde geht so langsam ne so apropos es tut sich immer noch nichts wir sind jetzt 50% müssten wir eigentlich jetzt echt schon haben ich habe das glaube ich jetzt schon zweimal gesagt aber so mal hier reinbuddeln der Fortschrittsbalken ist zumindest deutlich weiter als das was wir in den letzten Folgen so gesehen haben das ist schon mal gut so und jetzt glaube ich können wir dann sogar ein bisschen mal in die Tiefe gehen das heißt ich werde mal gucken wie weit wir dahinter kommen ob das schon reicht jawohl da kann ich da nämlich auch nochmal schön ausheben so denn ich denke mal die Tiefe spielt auch eine Rolle der Megvorago hat ja schon mal gesagt ähm ja es ist dann auch so ein bisschen eine Verformung drin hier also eine Verfärbung nicht Verformung so jetzt komme ich hier nicht weiter oh irgendwo hängt es gerade ähm nicht gut ich hänge gerade fest das ist jetzt ganz schlecht ich versuche hier gerade krampfhaft das ganze zu lösen aber irgendwie hänge ich gerade total fest Schaufel befindet sich in der Erde ja die würde ich ganz gerne rauskriegen jetzt klappe ich die mal ganz ein aber selbst damit hängt es ähm ja das ist jetzt doof das ist wohl jetzt so eine Position die sehr sehr ungünstig ist hier und im Moment geht gar nichts ich kann mich ganz wenig nur fast gar nicht bewegen egal welche Taste ich drücke es tut sich nichts doch da wuckelt es mal kurz aber ei 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 ich komme hier nicht mehr raus ich hänge gerade übel fest ach ne ach ne Leute das ist doch jetzt hier gemein ich kann mich bewegen wie ich will aber es tut sich gar nichts ich versuche hier gerade wild auf den Tasten rum zu orgel also das klappt leider jetzt gar nicht ich komme hier nicht mehr raus da müssen wir leider eins machen ich muss das Ding mal resetten so hat nämlich den Vorteil ähm man kann das hier gleich nicht reset halt schnell raus ja das habe ich gar nicht gesehen dass die Schaufel noch voll war das war blöd ähm aber damit kann man also mit der Backspace-Taste auf alle Fälle das Ganze wieder in Ordnung bringen falls man sich da mal etwas ungünstig da drin verhaspelt so wie ich jetzt eben äh ich hoffe das hat jetzt den Prozenten nicht allzu sehr Probleme bereitet beziehungsweise das äh Grundprinzip ist ja wenn man dann wieder Erde in die Baustelle kippt dann hat man eben die Schwierigkeit es kommen nicht nur die Prozente des reingekippten sondern das äh ist ein bisschen mehr was sich dann da erhöht wieder sozusagen oder beziehungsweise die Prozente runter zieht und dann hat man natürlich doppelte dreifache Arbeit so die monatliche Abrechnung ist auch noch durch wieder 76 Riesen in den Füßen schade auch aber gut wir haben ja genug ähm von daher wir gehen jetzt langsam auf die 5 Millionen so und jetzt bin ich gleich mal gespannt also anscheinend wird es in dieser Folge nichts mehr dass wir fertig werden ne dann heißt das wir werden in der nächsten Folge denke ich mal rangehen so mal schauen ob wir jetzt noch gut rankommen halt da bin ich schon zu weit ja ja jetzt kippt da wieder alles aus äh man sollte ein bisschen die Ruhe bewahren weil ich versuche jetzt einmal von der Seite aus langsam etwas tiefer zu zu buddeln so da hängen wir schon in der Erde fest das sieht aber gut aus so weit wunderbar so mal dass wir hier den Bereich vielleicht noch hinkriegen naja das ist noch zu weich wird genau ein bisschen weiter dahinter so vielleicht da noch die Erde wegnehmen genau so weil jetzt kommen wir der Sache auch näher aber dann kippen wir das ganze mal aber hier geht es auch schon nicht mehr so ja es wird langsam voll da hinten würde ich sagen werden wir in der nächsten Folge uns wahrscheinlich mal ein paar Meter nach rechts bewegen und dann nochmal neu buddeln und ähm ja ich sehe jetzt auch schon vor lauter Schreck unsere Zeit ist auch schon wieder rum man 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 ich glaube ich habe sogar schon ein bisschen überzogen aber ich glaube das ist auch erstmal nicht so schlimm so aber wir kommen irgendwie hier nicht mehr so richtig voran so dann werden wir das hier nochmal auskippen ich hoffe das ist noch weit genug hinten so jetzt gucken wir uns das ganze mal an wir steigen mal aus so wir haben jetzt hier schon wieder richtig viel gebaggert eigentlich waren wir ziemlich gut jetzt gucken wir mal gerade was das ganze jetzt auftragstechnisch in Prozenten für uns dann sagt sobald die Aufträge geladen sind jawoll so Pool für den Bürgermeister ja lol 45 Prozent ähm gut also haben wir jetzt 9 Prozent geschafft das heißt in der nächsten Folge kommen wir über die 50 äh parallel dazu gucken wir schnell nochmal in die Apartmentgebäude ja und der ist bei 82 Prozent das sieht auch gut aus das heißt da kriegen wir das ganze auch bald hin so jetzt weiß ich gar nicht was das hier der Pool wo wir mit dem Radlader arbeiten können das ist Gießen das ist nochmal Transport ne das war ein anderer Pool den der Poseidon meinte weil hier kommt dann nur noch ein Haufen Transportarbeiten und dann nochmal entsprechend den Vorweiter anquatschen also von dem Punkt hoffe ich dann in der nächsten Folge dass wir ein bisschen wieder vorankommen ich sag danke fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge Servus und Tschüss